Unglaublich, aber wahr. Neil Patrick Harris sorgt für Aufsehen. Der How I Met Your Mother Star hat eine pikante Enthüllung gemacht. Im Thriller Gone Girl von 2014 zeigt er mehr von sich als gedacht. Neil bestätigt, dass sein Penis in einer Szene kurz zu sehen ist. Dieses Geständnis überrascht selbst Brancheninsider. Normalerweise verwenden Schauspieler bei Nacktszenen Nachbildungen. Doch Neil entschied sich für echte Authentizität vor der Kamera. Sein Nacktauftritt erfolgt in einer entscheidenden Szene des Films. Diese Szene ist sowohl intim als auch schockierend blutig. Regisseur David Fincher wünschte sich eine realitätsnahe Darstellung. Dass Neil diese Anweisung so ernst nehmen würde, überraschte sogar ihn. In Gone Girl spielt er an der Seite von Rosamund Pike und Ben Affleck. Der Film handelt von einer verschwundenen Ehefrau und dunklen Geheimnissen. Neil zeigt hier eine völlig neue Facette seines schauspielerischen Könnens. Bekannt wurde er als der charmante Barney Stinson. Privat führt der 51-Jährige ein glückliches Familienleben. Mit Ehemann David Burka und ihren beiden Kindern ist er sehr glücklich. Seine Familie gibt ihm Halt und ermöglicht neue Karrierewege. Neil betont oft, wie wichtig sie für ihn ist. Mit dieser Offenheit beweist er erneut seinen Mut und seine Vielseitigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 sticking mit R р ikneort Maripur Heimann David Burka und eine Vorale Blizzard R Serve lake Angaben